Ich sage, dass ihr Herzen trainieren soll. Passt den Ball! Passt den Ball! Passt den Ball! Ah, Modellverben. Ich hab dich erwischt. Deutsch ist so schwierig. Servus zum Deutschunterricht. Packen wir's! Ich weiß, Sadio, du möchtest immer höflich sein. Aber hier, auf dem Platz, wir brauchen das nicht. Wir brauchen hier Einzelkommando oder für eine Gruppe. Okay? Klar. Ich verstehe. Sehr gut! Super! So, dann gehen wir jetzt mal an ein paar Übungen. Ein Beispiel nochmal. Du kommst her oder ihr kommt her. Okay? Und das Kommando ist dann, komm her oder kommt her. Kommt her. Okay. Das ist wie Englisch, ne? Come here. Come. Come here. Come or come here. Okay? Mach mal bitte das nächste, Sadio. Du gehst zurück und ihr geht zurück. Was ist denn das Kommando hier? Geht zurück. Super! Geht zurück. Geht zurück. Oder? Geht zurück. Genau. Also geht zurück ist für du und was ist für ihr? Geht zurück. Super. Und das T? Sehr klar. Geht zurück. Easy. Sehr gut. Gut gemacht. Du passt den Ball. Bitte. Passt den Ball. Bitte. Sehr gut. Mit Bitte. Trotzdem höflich. Und passt den Ball für eine Gruppe. Aber auf dem Platz. Auf dem Platz. Nicht tödlich. Passt den Ball. Passt den Ball. Ja natürlich. Passt den Ball. Deswegen. C'est pourquoi? Kein Si. Ist nicht wichtig. Und das nächste. Du gehst nach links, rechts, hinten, vorne. Ja. Ich kann sagen. Du kannst sagen. Du kannst sagen. Geh nach links. Geh nach links. Oder? Ja. Geh nach links, rechts, hinten, vorne. Blablabla. Genau. Kommando ist wichtig. Geh. Geh, ja. Und für eine Gruppe? Geh. Geh. Nach links, rechts, vorne, hinten. Welches Kommando ist das? Vorne, vorne. Kommando. Geh. Geh nach vorne. Nach hinten. Komplett. Geh nach hinten. Geh nach links, nach hinten, nach rechts. Kommando. Geh. Geh nach rechts. Nach links. Geh nach links. Geh nach vorne. Geh nach vorne. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Du spielst? Nochmal. Nochmal. Wichtige Frage, Sadio. Was ist nochmal? Ja. Was ist das? Was heißt das? Nochmal. Aha. Again. Super. Jetzt schau mal, Sadio. Jetzt haben wir hier wieder. Mhm. Und dann? Ohlala. Weiter. 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 Du hast beides schon gehört auf dem Platz im Training. Jeden Tag. Immer. Jeden Tag. Was heißt das denn? Wieder und weiter. 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 Genau. Keep on going. Weiter. Weiter. Du kannst das übersetzen mit Continue. Weiter. 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 Weiter Jungs. Wieder. Weiter. 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 Sehr gut. Sadio, das war schon sehr gut. Ja. Aber das hier, zweite Bundesliga. Jetzt erste Bundesliga. Come on. Nächste Übung. Sadio, ich sage, dass du mich morgen anrufen sollst. Was sage ich zu dir? Ein Kommando bitte. Okay. Ich sage, ich sage, ganz. Kannst. Oder? Nein, nein, nein. Das ist kein Kommando. Das ist was anderes. Call me. Wow. Okay. Was ist call me? Auf Deutsch? Ruf mir. Ruf mich. Ruf mich? Oh, mir? Das geht sogar. Ruf mich. An. Entschuldigung. Im Deutsch ist auch schwierig. Das ist schwierig. Ruf mich an. Wohin machst du das morgen in dem Kommando? Ruf mich an. Wo sagst du morgen? Ruf mich morgen an. Très bien. Sehr gut. Ruf mich morgen an. Das ist das Beste. Beste Entscheidung. Ruf mich morgen an. Ja. Der Trainer sagt, dass ihr härter trainieren sollt. Was sagt der Trainer? Der Trainer sagt, dass ihr härter trainieren soll. Er sagt. Nein. Er sagt. Nein. Er sagt. Guck mal, Sadio. Okay. Kein Problem. Das ist gar nicht so schwierig. Okay. Auf Englisch würde er sagen, boys train harder. Train harder. Und train harder auf Deutsch ist? Trainiert härter. Here we go. Ja, das ist es. Trainiert härter. Trainiert härter. Trainiert härter. Boom. Du sagst, dass ein Mitspieler dir den Ball geben soll. Ich weiß, du magst den Satz nicht. You don't like that. Du sagst. Geben. Gib. Gib. Sehr gut. Dir. You change to. Mir. Gib mir. Gib mir den Ball. Super. Du willst, dass Luki angreift. Dann sagst du. Luki, oder? Ja, Luki. Okay, Luki. Angreift. Angreift. No. If it's angreift, it's gonna be angreif. 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 Angreifen. Ich kenne dich glücklich. Ich kenne dich glücklich. Nein. So. Kein Problem. Pass mal auf. Ruf mich bitte an. Eieieie, du gehst mich jetzt! Oh, keine Ahnung. So, wie ist das Kommando? Angreif an. Greif an. Greif an. Here you go. So, angreifen, greif an. Letzte für heute hier. Du willst, dass Leon dir hilft. Was sagst du? Hilf mir. Super. Sehr gut. Leon. Sadio, jetzt pass auf. Erste Übung war zweite Bundesliga. Das war erste Bundesliga. Jetzt kommt Champions League. Du machst das gut, Sadio, bisher. Sehr, sehr gut. Jetzt pass auf. Ah, Modalverben. Oh, got you! Ich hab dich errischt! Was sind Modalverben? Welche kennst du? Muss oder... Ich muss oder ich? Kann. Ich kann. Oder... Ich darf. Ohlalalala. Ich darf. Sehr gut. Das ist gut. Ich darf. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Und? Ich will. Ich will. Ich will. Aber möchtest du die Champions League gewinnen oder willst du die Champions League gewinnen? Ich will. Du willst die Champions League. Confident. So, was wir hier haben, Sadio, ist einmal ein Satz mit Imperativ, also Kommandoform. Und hier hast du eine Lücke beim Modalverben. Das bedeutet, du machst den gleichen Satz mit der gleichen Bedeutung, aber als Kommando. Vergiss nicht den Termin beim Arzt. Beim Arzt. Ich schreibe es mal an. So. Vergiss ja. Vergiss kein T, also es ist ein Single Kommand. Single Kommand, ja. Also du. Du musst nicht. Nein. Nein. Das ist leider falsch. Nein. Okay. Das Beste hier ist, schau mal. Soll. Nicht den Termin beim. Beim Arzt. Arzt. Und dann? Vergiss. Vergessen. 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 Sollen wir noch eins machen? Ja. Ihr müsst mir eure Ausweise noch geben. Ihr müsst mir eure Ausweise noch geben. Noch geben. Okay. Jetzt machst du bitte von diesem Satz diesen Satz. Okay. Gebt. Ja. Because es ist ihr. Ja, es ist ihr. Also. Gebt sagen. Gebt. Gebt mir. Super. Eure. Eure. Aus. 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 Weiße. Super. Weißt du was ein Ausweis ist? Ausweis? Was ist ein Ausweis? Weiß nicht. Das ist wie eine ID-Card. Ja. Wie ein Passwort. Ein Passwort. Wir sagen Pass. Reisepass. Ja. Passport. Und Ausweis ist mehr als ID-Card. ID-Card. En französisch. Carte Identitäre. Carte Identität. Sehr gut. Gebt mir eure Ausweise. Sadio. Wir sind fertig für heute. Okay. Vielen Dank. Sehr gut gemacht. Bitte sehr. Ich bin sehr happy mit dir heute. Sehr glücklich. Okay. Und wir machen hier dann nächstes Mal weiter. Okay. Okay. Gut gemacht Junge. Danke. Gerne. Ich gehe nach Hause. Schraue laughs. Das ist es krumme. Das ist es lachatisch. Ja. Das ist es ist es und die Chance Th��록 hat. Wir sehen unsaar, dass wir nun so gemacht haben bis jetzt einmal ist. Vielen Dank.